Ja, ich freue mich natürlich riesig hier in Frankfurt zu sein. Sich für den Nürnberger Burgkukal zu qualifizieren, ist schon immer eine super Leistung. Und ich glaube, das Frankfurter Festhallenturnier ist ein besonderes Turnier. Die vorweihnachtliche Stimmung und alle treffen sich noch einmal hier und dann geht es in die Weihnachtspause. Und ich freue mich riesig. Ich habe jetzt richtig Lust, hier eine Runde zu reiten. Ich hoffe, Brisbane auch. Und ja, ich hoffe, sie macht mit wie immer. Ich freue mich einfach drauf. Ich hoffe, wir haben jetzt alle ein bisschen Spaß und schöne Weihnachten danach.